Diesen Mann kann keiner stoppen. Jetzt tritt die mit dem Schnitt. Dann hat er die Beine auf die hintere Fünferkante. Und dann bringt Kreier den Scharf rein. Sehr aggressiv jetzt, wie die Oberhausen an den Zweikämpfen sind. Stoppelkamp, Kreier! Dann Abfahrt für Moritz Stoppelkamp. Aber Tim Stappmann, abgezockt. Stoppelkamp, was für ein Ball von Moritz Stoppelkamp. Sven Kreier. Fußball, Herz, was willst du mehr? Moritz Stoppelkamp. Ein Sensationsor. 37. Minute. Guter Flankenwechsel, Montag. Ball aus Stoppelkamp. Stoppelkamp. Und der erzielt die Führung 1 zu 0. Stoppelkamp. Stoppelkamp. Macht's ganz cool. Und erhöht auf 4 zu 0. Stoppelkamp. Stark durchgesteckt. Und fast nach dem Weg rüber. Stoppelkamp mit seinem patentierten Dribblick. Und der erste Abschluss landet im Kasten. Moritz Stoppelkamp.